Die dunkle Wahrheit hinter Lidl. Das Logo von Lidl ist Blau-Gelb-Rot. Blau-Gelb-Rot sind die Grundfarben, welche häufig in einem Farbenkreis veranschaulicht werden. Ein Kreis also. Kreise sind rund. Der Mond ist rund. Zum Mond fliegt man mit einer Rakete. Die erste Mondlandung war mit der Saturn V am 20.07.1969. 69 also. Und woran denkt jeder sofort, wenn die Zahl 69 hört? Genau. An das Sternzeichen Krebs, das wie eine 69 aussieht. Krebse leben im Wasser. Lidl verkauft Wasser. Saskia Wasser. Saskia ist Althochdeutsch und heißt so viel wie die Sechsen. Sachsen liegt im Osten Deutschlands. China liegt auch im Osten und wird Land der aufgehenden Sonne genannt. Zählen wir nun eins und eins zusammen, erhalten wir die ganze Wahrheit. Lidl will mit dem Raketenantrieb der Saturn V, welchen Sachsen versteckt liegt, die Erde näher zur Sonne bewegen, damit die Temperatur ansteigt und die Leute durstiger werden. Der Menschheit bleibt nichts anderes übrig, als mehr Wasser zu trinken. Und Lidl macht mit dem Verkauf ihres Saskia-Wassers einen enormen Umsatz.